Ja, meine Freunde, erstmal schön, dass ich wieder eingeschaltet habe zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute mit drei Themen im Gepäck. Milos Veljkovic kriegt mächtig Kritik in seinem eigenen Land nach dieser WM. Dann haben wir eine Positivmeldung über Manuel Baum und wir reden über Jens Day und seine vielleicht Rolle in der Rückrunde, auf der dann doch eventuell in 6. Position. Frank Baumann hat sich dazu auf jeden Fall geäußert. Und ja, ich würde sagen, dass wir einfach erstmal mit dem Video anfangen mit dem Thema Milos Veljkovic. Und bevor wir darüber anfangen zu reden, ich habe auf meinem Zweitkanal ein Video gemacht über die Aussage von Robin Dutt, der Oliver Bierhoff und Hansi Flick in Schutz genommen hat. Wenn ihr jetzt sagt, boah, würde ich gerne mal wissen, was unser alter Dutt, zu dem ich vielleicht jetzt nicht die allergutste Verbindung habe, ich mag ihn einfach nicht gerne, dazu zu sagen habe und was er auch vor allem über Fülko auch noch gesagt hat, dann schaut gerne auf dem Zweitkanal vorbei, denn da hat er sich ein bisschen zu geäußert und ich, ja, habe, wie gesagt, da ein paar Worte zu gehabt. Jetzt aber und vor allen Dingen lasst auch ein Abo da und eine Glocke aktivieren. Genauso wie hier und ein Däumchen nach oben auch hier lassen. Also ich würde sagen, dass wir jetzt hier mal gerade, wenn ihr mal guckt auf die Likes gerade und ihr seht, wir haben noch nicht die 100 Likes, mal ganz schnell drauf gehen. Und jetzt fangen wir an mit dem Video. So, ich zitiere erstmal das Sportportal Mozart Sport, ein serbisches Sportportal, wenn ich das jetzt richtig analysiert habe. Und wir lesen einfach mal vor. Dort nicht agil und später gegen Kamerun langsam und außer Atem. Bei den letzten beiden Toren, es wäre besser für ihn gewesen, wenn er gegen die Schweiz nicht gespielt hätte. Von Beginn an war er im Duell mit Embolo ständig unterlegen, sah bei den ersten beiden Treffern der Schweiz schlecht aus und wurde am Ende ausgewechselt. So, das ist das kritische Fazit beim Mozart Sport über Milos Veljkovic. Gleichzeitig gibt es hier auch noch ein Zitat, was ich auch noch mit reinbringen wollte. Von der gleichen Zeitschrift, er gehörte zu den schwächsten Gliedern Serbiens bei der WM. Abgesehen von der ersten Stunde gegen Brasilien, als er noch einer der Besten war, war alles andere mit Veljkovic zum Vergessen. Also harte Kritik an Milos Veljkovic nach dieser WM. Jetzt gerade macht er erstmal Pause. Er ist im Urlaub und kann sich da ein bisschen ausruhen, auskurieren. Aber was heißt das für Veljkovic? Veljkovic, sein Vertrag geht noch bis 2025, hat einen 5 Millionen Marktwert. Mit Sicherheit wird das keine WM sein, die seinen Marktwert irgendwie krass zum Steigern bringt. Außer de facto, dass er vielleicht eben, weil er bei drei Spielen bei der WM auf dem Platz stand. Aber wenn du deswegen schon ein Marktwert-Update bekommst, dann weiß ich nicht. Klar, du kannst zum einen sagen, die Weltmeister ist das höchste, was du spielen kannst. Da bin ich dann dabei, aber das, den den Marktwert anziehen, weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass es bei 5 Millionen bleibt. Und vor allen Dingen ist es aber, und ich glaube, das ist das viel Entscheidendere, man muss einfach auch da sagen, seine Leistungen waren einfach nicht so, dass irgendwer jetzt auf ihn anspringen wird. Deswegen war er auch zuletzt eben nicht so ein großes Thema. Über Gefühlung redet ja gefühlt gerade jeder, aber bei Valkovic ist so ein bisschen das Problem mit einer fast schon Nicht-Leistung. Und dann gerade im Gruppenspiel 2 und 3 fällt es halt nicht sonderlich groß auf. Und die Probleme, die er bei Serbien in der Nationalmannschaft hat, sind auch die, die immer wieder bei Werder kritisiert werden. Oder gerade wenn es dann auffällig ist. Und das ist dann auch irgendwie immer der Fakt. Also wenn, Valkovic hat seine Stärken in Sachen hohe Bälle, Kopfball, da kann er hochgehen, da kann er reingehen. Zweikampf, wenn er im Zweikampf drin ist, dann ist er da. Er ist auch kein Kopfballmonster oder so, aber er ist jemand, der dann schon auch reingeht. Um das Stärke, weiß ich jetzt nicht, ob er Kopfballstärke ist, aber er geht zumindest in die Zweikämpfe rein. Aber er hat eine enorme Schwäche, wenn es darum geht, tempomäßig irgendwie mitzuhalten. Das heißt, im Stellungsspiel den Tempo auszugleichen, denn das ist die einzige Option, die du da machen kannst. Oder eben frühzeitig in den Zweikampf zu kommen. Und er ist oftmals zu passiv, wirkt dann auch immer platt. Und all das hat er eben auch bei der serbischen Nationalmannschaft. Von daher, man kann irgendwie die Kritik so ein Stück weit verstehen. Es tut natürlich dann einem weh, da versetzt man sich auch immer in den Menschen einfach rein. Wenn du dann überlegst, ich meine ja trotzdem, er hat sein Bestes gegeben. Und er spielt ja nicht absichtlich dann irgendwie schlecht oder sonst was. Und ja, wenn du dann von deinen eigenen Landsleuten sozusagen so in Anführungszeichen runtergemacht wirst, ist das mit Sicherheit nicht schön zu lesen. Er soll wohl allgemein in Serbien jetzt aktuell gerade einen schwierigen Ruf haben. Umso erstaunlicher, dass er den Urlaub gerade in Serbien verbringt. Aber so ist das halt. Dennoch ist Veljkovic nach seinem Urlaub, der natürlich jetzt ein Stück was länger noch ist, dann auch wieder bei uns. Und ich bin mir auch sicher, dass er eine tragende Rolle in der Rückrunde spielen wird bei uns. Und man darf nicht vergessen, er hat bei uns, und das kann ich euch gerne hier auch nochmal einblenden, auch zwölf Tore, äh zwölf Tore, zwölf Tore hat er gemacht, können wir mal. Zwölf Spiele von 15 gemacht und ein Tor dabei erzielt. Eine gelbe Karte. Ich glaube zwar immer noch, dass langfristig gesehen unsere Innenverteidigung eher aus Niklas Stark, Marco Friedl und Amos Pieper bestehen wird. Aber dennoch, ähm, ja, äh, kann ich das alles verstehen und wünsche aber Veljkovic ganz, ganz viel Glück, wenn er wieder bei Werder ist und dass er da weiter, äh, an sich arbeitet, beziehungsweise weiter stärker wird. Er ist natürlich auch in einem Alter, wo jetzt kein großer Entwicklungssprung mehr zu erwarten ist. Er ist eigentlich im besten Fußballalter, jetzt mit 27. Aber, ja, das auf jeden Fall zu Milos Veljkovic. Ähm, dennoch, ihr könnt ja auch mal gerne, jetzt an die Bremer nochmal gerichtet hier, ähm, gerne bei Instagram einfach mal auf seinem neuen, auf seinem neuen Bild, was er gepostet hat, ähm, einfach mal Liebe dalassen. Ein bisschen aufmunternde Worte sind, glaube ich, immer gut. Wir als Werderaner müssen da zusammenhalten, wenn jemand da eine schwierige Zeit oder blöde Kommentare hat, dann freut man sich, glaube ich, auch über den einen oder anderen Positivkommentar. Also könnt ihr gerne mal dalassen, ja. Jetzt kommen wir aber zu einer wirklich erfreulichen Nachricht und zwar Sean Manuel Mbom. Wird das überhaupt Sean ausdrücklich? Ich glaube, ja, ne? Sean. Müsste. Oder Joron? Manuel Mbom. So, auf jeden Fall, ähm, ist Manuel Mbom jetzt wieder auf dem Platz. Und zwar ab dem 8. Dezember, am Donnerstag, erwarten ja, äh, erwarten wir ja die Bremer wieder auf dem Platz. Die Rückrunde beginnt, beziehungsweise der Start, äh, der Trainingsstart für die Rückrunde beginnt. Dann wird erstmal bis Ende Dezember trainiert. Und dann Anfang Januar geht's ins Trainingslager nach Spanien. Und, äh, der Plan mit Manuel Mbom ist relativ einfach, äh, und zwar geht es darum, Manuel Mbom jetzt immer wieder mehr reinzuführen im Dezember, dass er einzelne Einheiten immer wieder mitmacht, dass er individuell mitmacht, ähm, ihn praktisch ins Teamtraining langsam reinzuführen, damit er dann Anfang Januar, äh, in Spanien voll mitmachen kann. Also er soll die Vorbereitung in Spanien, äh, komplett mitmachen und ist damit dann absolut auch eine Option in der Rückrunde. Man darf eine Sache hier absolut nicht außer Augen lassen. Das ist für Manuel Mbom die Zeit, sich zu zeigen, zu beweisen in der Rückrunde, denn sein Vertrag läuft aus. So, und es wird mit Sicherheit darum gehen, auch dann frühzeitig zu entscheiden, verlängern wir den oder geben wir ihn ablösefrei ab? Und auch für Manuel Mbom, wo spielt sich meine Zukunft dann ab? Das ist natürlich auch wichtig. Äh, ich sehe Manuel Mbom überhaupt nicht auf der rechte Position. Ich würde das sofort streichen. Ich sehe ihn absolut als Mittelfeld, weitere Mittelfeld-Alternative. Ähm, ich glaube, dass er da sich am besten einbringen kann. Ich glaube, dass wenn er da wirklich gefördert wird, äh, eine absolut gute Option sein kann. Auch auf der 6, äh, gegebenenfalls eine gute Option werden kann. Ähm, und dann, da ist er halt eben auch erst 22. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Er ist halt eben erst 22 und dann auf der 6. Da würde ich ihn sehen, würde ich mich freuen, wenn er eine Chance bekommt bei der Vorbereitung jetzt. Und dann muss man es einfach neu bewerten. Kann mir Stand heute aber auch gut vorstellen, dass man den Vertrag auslaufen lässt. Aber wie gesagt, er hat natürlich jetzt auch Zeit, äh, das Ganze, äh, zu beweisen, beziehungsweise uns vom Gegenteil zu überweisen. Zu überweisen. Nico ist heute voll da, merkt ihr? Ähm, ja. Und deswegen das zu Manuel Mbom. Jetzt kommen wir zum, äh, zum, äh, Thema von Jens Stay. Äh, äh, Frank Baumann war der Originalzitat, er wird noch sehr wertvoll für uns sein. Und er glaubt dran, dass er in der Rückrunde durchstarten wird, ähm, man muss natürlich dazu sagen, auf welche Position wird er denn genau durchstarten. Frank Baumann hat das Ganze so ein bisschen so gesagt gehabt, dass er glaubt, dass Jens Stay nochmal durchstarten wird, weil er eben jetzt eine längere Eingewohne-Zeit hat, durch die längere Winterpause und so weiter. Er sagt ja, dass er sich mehr an allem gewöhnen kann. Dann wird er noch Papa, kann mit einer erfreulichen Nachricht, ähm, äh, in die Rückrunde rein starten. Das da übrigens auch, herzlichen Glückwunsch. Äh, absolut, da freut man sich immer mit. Aber man muss auch ganz offen und ehrlich sein, Eingewohnheitszeit, wenn man von so Sachen spricht, äh, ist das natürlich immer so eine Sache. Er hat jetzt schon auch, äh, er ist jetzt schon, sag ich mal, nicht seit gestern erst in Bremen. Und, äh, für mich hat das Spielerische, also das, was auf dem Rasenplatz ist, bis jetzt noch nicht so wirklich was mit seiner Eingewohnheitszeit. Weil ich persönlich sage, bei Stay gibt es absolut kein Mentalitätsproblem. Vom Kopf her, mental ist er voll da. Nur haben wir es noch nicht geschafft, seine Stärken irgendwie richtig rauszufinden und wie die uns helfen können. Und ob er dann eben so wertvoll für uns ist, das sehe ich eher als Problem an. Vor allen Dingen sehe ich ihn auch weiter nicht als Achter. Ich habe vor der Saison gesagt, für mich ist das ein klassischer Achter von seinen, äh, ersten Werten her, war das für mich auch relativ klar. Ja, dass nur die Acht, äh, in Frage kommen kann. Aber, ähm, gerade jetzt mittlerweile sage ich, ähm, wenn man das mal auch so gesehen hat bei Stay, ähm, er ist ein sehr, sehr guter Anläufer. Er rennt allgemein viel, er hat eine gute Mentalität, eine gute Zweikampfhärte, geht auch im Kopf rein, äh, lässt den Jungs keine Ruhe um sich rum. Aber in der Umschaltbewegung läuft er oft sehr individuell, also das, was die Mannschaft im Prinzip nie sieht, das macht er. Äh, er hat halt seine eigenen, seine eigene Idee da irgendwie dabei. Er steht aber oftmals einfach falsch und kommt in diese Gegenbewegung nicht gut rein, in der Umschaltsituation. Ähm, und Torgefahr streitet er auch nicht sonderlich aus. Eher bei Standards vielleicht dann mal über dem Kopf oder so. Oder auch auf der sechsten Position kannst du aus der zweiten Reihe schießen. Daher für mich ganz klar die Vorteile eher in der Defensive. Heißt, ich würde Jens Day gerne auch mal als alleinigen Sechser sehen. Oder auch in einer Doppelsechs, die er bei Kopenhagen ja auch gespielt hat. Und dann mit einem klassischen Achter davor, der vielleicht auch ein bisschen offensiver ist, wie dann Romano Schmid oder Bittencourt. Und dann eben eine Doppelsechs zum Beispiel mit Stay und Gruhev als Beispiel jetzt mal. Ähm, sowas könnte man, glaube ich, probieren. Fakt ist, ich persönlich sehe ihn nicht als Achter aktuell. Ähm, auch Day hat natürlich ganz klar die Option, mich auch von der anderen Seite zu überzeugen. Beziehungsweise auch diejenigen, die es vielleicht eh nicht sehen. Ähm, und dann eben noch zu kommen. Aber ich persönlich sehe ihn aktuell überhaupt nicht auf der Acht. Und sehe auch tatsächlich Bittencourt, Romano Schmid, selbst Niklas Schmid und Gruhev alle auf der Acht vor Stay aktuell. Ähm, ich kann mir, wie gesagt, sehr, sehr schwer vorstellen, dass Stay sich da gerade aktuell in der Startelf zumindest durchbeißt. Aber gut, äh, schauen wir mal, was da jetzt kommen wird. Ich hoffe, dass er auf der 6 durchstartet. Äh, dass Manuel in Bomben eine Option auch auf der 6 wird. Und dann mal gucken, was da so geht. Ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt zu sagen habt. Äh, wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal einen schönen zweiten Advent an der Stelle. Ähm, nehmt eure Liebsten in den Arm, klutscht euch und äh, ganz viel Liebe geht raus. Bis dahin, euer Nico und ciao.